hallo miteinander und ja willkommen zurück zu parfa da war auf der reich ist mit torren gendt wir werden uns jetzt hier der epischen aufgabe widmen wir versuchen unseren bösen charakter für das besser play schon mal vorzubauen oder zumindest einen versuch zu unternehmen vielleicht machen wir dann soweit ist irgendwann auch anders aber ja die gute kathrin ich wollte es mal mitnehmen und ist der das bitter kamelia ist irgendwie so der charakter von allen der so am wenigsten interessantes deswegen will ich sie eigentlich raushauen mal so ein bisschen gucken also kamelia was hat sie für nachteile sie hat ich meine es geht nur 16 ist okay könnte schlimmer sein aber der angst musste könnte etwas besser sein wichtiger ist aber eigentlich sie hält halt nichts aus sie hat keine rk ich denke wir können den charakter bauen und zu eigenermaßen weiß ich das auch weil ich das jetzt schon was für das gute mal hier aufnehmen ich habe ein paar versuche schon hinter mir also kann auch jemand besser ein charakter bauen können das alles dann vielleicht vielleicht etwas effizienter in die richtung machen weil wir unsere waffen dann so verteilen können dass wir wolfie können das ja mal hier gibt mal den rapier hier her körperform das hier raus du bekommst dann das hier macht das andersrum bei 14 14 nicht besser als vorher war 14 12 sagen wir es mal so was vorher was vorher besser so 14 12 so wenn ich das so mache ist es halt bei ihnen definitiv besser klar er dort auch noch so ein bisschen verbessern kommt jetzt die körperform genau da sind wir bei 15 15 so kann ich nämlich damit ganz gut arbeiten würde ich behaupten und es macht halt wenig sind das jetzt quasi zwei charakter machen genau das gleiche machen deswegen machen wir das jetzt ein bisschen anders ja außerdem wie gesagt sie ist halt echt ein bisschen ja nicht ganz so geil als charakter hier so du kannst das hier behalten würde ich behaupten wismut muss mit du musst mit du musst mit warum das erst mal alles um dass wir mal so weit sind wir müssen auch noch mehr tun bevor ich das völlig vergesse also zum einen du hast jetzt die besseren dinger hier der typ hier gibt bonus auf trick und heimlichkeitswürfe ist jetzt bei ihm mit dabei passt ja auch ist bei einem teufel macht sinn wenn man dort das katzi sie hat die eule darin hat den lustigen fuchs ich meine tatsächlich könnte ja ich bin da das katzi mitnehmen wahrnehmen und wissen natur wird da der beste start werden auch dann den ticera tops würde ich behaupten ich könnte euch einen kleinen charakter machen damit wir auf dem reiten können aber irgendwie so ein ich weiß nicht es wird sich auf jeden fall alles sehr sehr komisch an dem zusammenhang naja ihr werdet gleich sehen was es für ein charakter wird das ich denke es dürfte interessant werden ich muss aber ganz kurz hier noch ein paar sachen abholen weil wir einkaufen müssen und umbauen und so und alles also ihr könnt euch das auf einstellen das wird wird eine folge die tatsächlich die wir fast vollständig im charakterentwicklung wahrscheinlich verbringen werden durch ein bisschen erzähle was mir dabei gedacht habe so weil das ding so cool ist lassen wir uns das immer noch du kommst mit wir werden halt geld brauchen doch um 50.000 diesen dämlichen sollten dazu bauen du kannst auch weg ja dieser es doch hier wir werden uns auf krumsäbel tatsächlich spezialisieren ich denke nicht dass wir noch jemand finden werden der diesen es doch verwenden wird deswegen werden wir ihn auch verkaufen auch wenn er ziemlich gut ist wobei ich müsste mal gucken weil es noch was aufgefallen wir haben tatsächlich bei der letzten aktion hier unser unsere waffe in die reliktverbesserung gegeben aber gut wir haben ja eine sehr gute ersatzwaffe mit diesem kugel jetzt muss ich nochmal schnell tatsächlich rüber gucken nicht dass das auch irgendwas mit kurs ist das stock ich dass das auch eine reliquie ist die wir verbessern können noch oder eine die wir schon verbessert haben das kann natürlich auch sein ich wüsste es halt nicht wirklich sehen fängers und stevanus ok das ist alles das was sehen was ist daraus eigentlich rausgekommen ach natürlich der dass der lustige kurzsperr so und das ist jetzt das ist unsere unsere eh schon echt krasse sense also muss man das mal echt sagen die wird jetzt noch verbessert da freut sich doch das herz des seelenschnitters der wir einer sind ja auch zu tanzen wir haben keine zeit habe ich jetzt alles mitgenommen was ich mitnehmen wollte oder habe ich mich wieder verquatscht das ist ich sag mal so es gibt eine teure und günstige wahl hat aber die teure warte so gut dass ich nicht darauf verzichten kann wir werden den verkaufen es gibt nämlich einen säbel unten der eine sehr sehr geile eigenschaft hat als zweiter werden wir dann durch hier nehmen weil ihr wisst ja deutsche sind leicht und easy going und hast nicht gesehen die kann man gut benutzen das ding kann auch weg dass ein dwell schwert das könnte man eigentlich auch wegballern hier den hut des hässlichen menschen nachdem er den hut angezogen hat kennt man zu der kameradschaft nehmen wir auch mal mit den kümmer aber man weiß ja nicht ob wir kamen ja noch irgendwann brauchen deswegen würde sie es nicht ganz so nackig stehen lassen wollen die wir ein bisschen ausziehen müssen ist er hier wir benutzen ja gerade nicht mehr und diese zwei sachen kann man gebrauchen hat eigentlich irgendjemand ein charismat er dem haben wir sowas was rumliegen noch mein tuch als weisheit ich meine das ding ist wir können der person das hier theoretisch anlegen aber ganz ehrlich so geil ist der helm jetzt nicht ja wir werden wir verkaufen das wird schon passen so wollen wir sie dass ich damit stehen lassen wir können sie schon nach hause wenn wir sie wieder aber auch wahrscheinlich so keine ahnung die nächste folge ist ja meine charakteristie oder auf geht's ja gehen wir mal runter also wir müssen nicht nee wir müssen nicht dahin das ist man zur straße einfach zum einkaufen mal gucken ob der die klinge noch da ist das ist die klinge die der spezialeigenschaft hat die ist eigentlich für den tige fährt auch noch ganz geil deswegen ist das der titelatops bei den es dann sein wird ganz gut ganz gut die hier unten was der händler oder was man will so also es ist eine klinge die bei jedem angriff bis zu maximal plus fünf muss ich eine verbesserung bekommen das heißt sie trifft immer besser ist öfter man angreift und jemand die stirbt dabei weil die klinge echt böse ist wenn jemand nicht stirbt man sieht wenn man es ist geil es ist so eine geile eigenschaft bereits in absteigen dass ihr zorn geborenes kind so diese besondere fähigkeit also zorn geboren funktioniert nur mit nahkampf waffen eine zorn geborene waffe bezieht jeder stärke aus der wut und frustration die ihr träger verspürt wenn seine gegner nicht sterben jedes mal wenn der träger seinen gegner mit der waffe schaden zufügt erhöht sich der verbesserungsbonus bei angriffen auf diesen knapp um plus eins bis zum maximus 5 dass sie trifft hat immer besser was super geiles endet wenn der kinder dann tot ist sieht das ding ist jetzt nicht ganz günstig mit 62.000 aber wir können es dann voll auf dem siebel stürzen behendet es stoppen heilige mutter aber aber nee 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 zeremonien immer voller beutel wesentlich größer als von außen 25.000 da bin ich denn jetzt noch mehr sachen die ich haben will okay den ist mal behalten das gott ein eis und sauber krieg energie für solche zocken der energie schaden du kannst auf jeden fall weg das bände bei plus vier das das sollten wir auf jeden fall behalten das könnte ich auch in die zweite hand ich meine das ding in der zweiten muss dann unbedingt behind sein dass das ist halt das wesentliche ding ja so du kannst auch weg weil wir den krassen säbel des todes das ist eigentlich eine ganz gute sache für energie was schon so du kannst weg du bist nur welche alten sachen von uns leben da ramburg sozusagen 137.000 warum 50.000 wir sollen dazu rekrutieren so jetzt kauf mal das ding hier also wir haben noch und 20.000 wir bräuchten ja eventuell die ja dem der dingsbums wir haben das haben wir schwächte drehen was man die noch mal keinen vorne einfach nur versuche also wir haben jetzt die waffe schon mal zum juwelier hier und da kann weber was auch immer ich bin ja tatsächlich ein bisschen frustriert weil ich mache das jetzt schon sehr das gestern gemacht und stunde lang überlegt wie den charakter mache mit verschiedenen kombinationen und so so ich brauche ein charisma plus 2 kostet 4000 das kann uns ohne weiteres kaufen haben wir dann vielleicht finden wir ja noch welche uns das hier einfach so ist das mal das erste vielleicht bräuchten wir halten besseren durch wir haben diesen behänden durch plus eins aber das wird schon passen könnten bei ihm hier kurz vorbeischauen diesem händler hier der so tolles zeug hat der eine gege teufel dann warte mal dieser ominöse schmied das bist du hast du eigentlich auch bessere sachen hast du wieder nur der anatom okay zwei die sechs schaden hat er verliegen piloten oder gegner okay ich verstehe es macht sinn das ruf des ozeans ist ein dreizack und auf das wohl eine anspielung ist so fester griff der qual also ich finde die ganzen waffen und so sind nicht besser als beim ersten teil es gibt so viel mehr verschiedene coole sachen da ist der stachel schild mit dem methodische leute prügel verprügeln können naja es ist trotzdem nicht das was wir brauchen ja das baum dieses charakters wird eine ziemliche wissenschaft werden ich hoffe ich verbaue mich nicht schon wieder so viel muss ich sagen es ist nicht einfach weil ich will hat viele spielen mit einer klappe schlagen zum einen welchen charakter haben der besserts kamelia und in dem was er macht zum einen brauchen wir jemanden der gescheite willens also geschaffte weltwürfe und so ein zeug machen kann das wir halt mal echt nicht schlecht weil wir da nicht sogar sind also bei religion welt und natur da mal mit niemanden dem team der das machen kann weil die teilweise ausmessen und ja wir müssen warten auf ist ein schneller ab dort krieg nicht so ja es ist natürlich ein bisschen schade dass wir dafür zu 50.000 ausgeben müssen für den charakter aber ja wir werden also wenn wir das dann wirklich effizienten größer klasse machen mit vielen sollten an in der zweiten belgung ja dann auch weiter nach antragen werden zumindest die der leiter sind ja da werden wir das auf jeden fall per mord reduzieren oder so weil das ist einfach zu viel zu können was keine volle truppe bauen also es wird eine tieflingsfrau werden deswegen immer erst mal dieses bild hier hast du schon fast das ganze hier tatsächlich ich wollte sie echt zu vampir machen aber das war mir in diesem playful dann hier zu umständlich in dem in dem eigentlichen bösen wird sie wahrscheinlich halb vampir denn werden weil wir dann ja sowieso auf lich oder auf also jetzt queen wäre das dann auf lich queen oder auf schwarm werden gehen wollen von der gesinnung her beziehungsweise ausrichtung und da gibt es möglichkeit allen und tote umzuwandeln ich glaube irgendwie sowas habe ich mal gehört den chat so ich hätte auch überlegt ich hatte auch mischungen aus wie die sektionisten und verstehen sagen aber ich bin jetzt am ende hängen geblieben bei einer momentan 55 mischung von mutagenkrieger und schatten schamane das eine ganz gute verbindung ist so schatten schamane was macht den jetzt so besonders seine hauptsachen sind weisheit und charisma deswegen doch mal das christmas diadem weil wir können es mal unter umständen die ganz so hoch setzen können das beeinflusst allerdings das kann ich euch vielleicht zeigen dass hier schatten für vier hätte ein schattenschamane die fähigkeit sich mit dem schatten in seiner umgebung zu tarnen ein schattenschamane kann mehrmals täglich sprechen seines charismamodifikators da kommt dann nämlich das dazu eine minute lang den zauber verschwimmen einsetzen ab stufe 9 kommt er stattdessen in den genuss der vorteile von start und vortäuschen 14 mächtige unsichtbarkeit na macht denke ich sind wir werden einen charakter dann haben der nicht nur ziemlich viel rk haben wird dafür dass er kein schild trägt sondern auch jemanden der zusätzlich auch noch das zeug casten kann ja plus er hat ja auch noch seine normalen geschichten hier mit dabei ja bloß er hat hinterliegen angriff ja ich denke es wird klar auf jeden ausgehen das bau ist jetzt nicht so trivial mal gucken dass diesmal besser hin ich hoffe es wirklich ich drehe ich durch ich meine wir können sie dann auch noch modifizieren aber trotzdem so tieflings fräulein und zwar mutterlos volksbos auf stärke und weisheit unser weiter dass unser cast attribut trotzdem auch wenn das hier mit charisma skaliert stärke weil wir mutagenkrieger und nachkämpfer sind und diesmal eben nicht wie kamelia mit finesse waffen da können wir nämlich die finesse waffen ihr auf wolfie ausgliedern damals keine zweiter darum konkurrieren und wolf ist auch besser dran und ihr müsst entschuldigen ich überlege weil ich mir nicht sicher bin ob ich das alles in diesem video schon gesagt habe weil wie gesagt es ist nicht die erste aufnahme hier nicht der erste versuch ja auf jeden fall ein geiles teil an dem ding ist das hat auch noch ein bissangriff das mutterlose tier klippot kind richtig ästlich ja bonus auf der weg hat und wissen so für natur das ist ganz nett jetzt lassen mich nicht lügen ich weiß halt tatsächlich nicht auch gewartet müssen das glaube ich gerade wir starten mit dem tag in krieger oder ich überlege gerade aus einem ganz bestimmten grund ich bin mir halt wirklich nicht sicher ob ich ich glaube dass wir das sie will keine exotischen waffen sind denn zum siebel werden unsere waffe die waffe unserer wahl seien wie schon gesagt vielleicht vielleicht auch nicht gesagt tut mir leid falls ich mich wiederhole und in der zweiten leben das was behende ist am start untergehen krieger ich weiß ja nicht ob es eine kriegswaffe ist scheiße ist das steht hier hat auch nirgendwo ich bin schon wieder verbauen wir können es ja sehen wenn wir waffen finesse darauf wählen wird sind wenn wir doch waffen dass darauf wählen können so ja das ist okay das ist auch okay ansonsten müssten wir halt das hier nehmen das sind wir wissen natur und mal genau zu beinahe aus keine atomsebe umgeben tiergefährte kippen bonus auf maximale treffer punkte dass wir mit waffen oder umgang mit rüstungen werden die erschwächenden boden ist unter uns bei fälligkeiten dass uns plus 1 vom umgang mit waffen das ist eins und zu einer sekundes richtungsmaß vom umgang mit rüstungen das sieht doch aus wie eine exotische waffe oder alternativ könnten wir hier natürlich irgendetwas nehmen was halt krass ist und anders und hast nicht gesehen also aber ja wir bleiben aber beim nomaden das ist denke ich ganz okay auch wenn ich es echt nicht weiß aber zur notwürzern werden wenn er besser mit dem musik das auch jetzt diese sei hier also wir kriegen jetzt zwei attributs punkte weil wir auf level 10 schon sind das heißt wir können damit so ein bisschen planen und arbeiten wir brauchen auch konstitution das sollte man sich auch und dass ich auch geschickt habe mit zwei waffen kämpfen wollen das heißt wir brauchen mindestens 13 wegen ausweichen wir brauchen mindestens 15 eigentlich wegen dem ersten talent kam mit zwei waffen aber das können wir kompensieren für den moment in dem wir uns dieses ding anziehen diesen gürtel das heißt wir lernen auf level 4 nehmen wir dann den 15 und dann kann man das zweite talent mitnehmen und wenn wir dann legendär mitnehmen dann sollten wir eigentlich fein raus sein so wir wollen nicht dumm sein wir werden dass diesen manus hier negieren mit dem mythischen talent weil wir mindestens drei punkte mal brauchen werden hier dann echt die frage wie zur hölle macht ihr das ist so 17 hier ja ein punkt auf 18 also mal ohne karte ist mal zu dampfen mehr ich weiß aber uns dann gehören 16 etwa 13 konstitution 14 das kann man echt nicht machen bleiben wir bei 15 weiß und werden dass wir den zweiten ding steigern 9 9 14 17 es wird sich entscheidend viele fertigkeiten wir nehmen können hier sind drei 123 das sind die drei wissen die wir steigern wollen das wird sich alles ändern nach dem welche klasse wir nehmen aber deswegen springen wir gleich zwischen kassen so ein bisschen hin und her ich denke das sollte okay sein andererseits bin ich hier auf zehn gehe dann bekommen wir da den 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 zwei die also den den besseren modifikator bonus sich die auf weisheit gibt es irgendwas was wasser und charisma gibt die adem stimmt oder es ist halt ein bisschen schwierig weil wir halt echt vier sachen haben die wir brauchen glaube ich ganz unterwegs bei den modifikatoren versuchen wir es mal so können es beim verbessern oder ändert das kann das immer noch verändern ja okay also waffen fokus auf krumm säbe okay dann noch mal hier ist mal direkt ausweichen wenn wir rk weil wir schwer rüstung tragen werden wir sind ein freund von was eigentlich hat jemand denn es ist im moment für dieses bleibt nicht ganz so wichtig was wir hier nehmen abschließend wird das wahrscheinlich was anderes sein ja serenay ganz hart es ist irgendwie nicht wirklich hier oder nimm lamastu das passt eigentlich weil wir triefling sind und finden dass wir echt komisch sind könnten uns ja wir sind aber eigentlich mindestens neutral böse oder kauf durch böse ja okay hier habe ich eine ganz konkrete vorstellung schon wie wir aussehen weil ich das ja wie gesagt nicht zum ersten mal mache ist ein stich dieser typen aus karate kid richtig evil so ansonsten so passt auch ist ein bisschen wenig auswahl ehrlich gesagt aber dass das die am besten aus hier unsere barthade also unsere frisur die machen wir jetzt entweder weiß machen so war es wir sind eine diabolische teufels draw was sind wir denn hier haben wir dann irgendwie spaß lillernis ein bisschen dunkleres lilla und auch ein bisschen mehr weibern jetzt irgendwas schönes helles zum akzeptieren hier vielleicht so ein cyan hier so was sie dann wie zu freundlich aus oder ja ich weiß an was für sachen ich mich aufhängen kann das ist immer wieder erstaunlich immer hier dieses besauen gepaart mit einem orange vielleicht das könnte doch ein vorzügliches bild das ist machen wir so wir sind selbstbewusst natürlich wer so dumm läuft muss selbstbewusstsein wir heißen kathrin gesagt dann im original der wahrscheinlich ein vampir aber im moment tieflingen also wir müssen erstmal bisschen mythisch glaube ich ja das wäre ganz gut weil wir die intelligenz brauchen also wir nehmen bei ihr erst schlag das haben wir momentan auf keinem unserer charaktere drauf die in der ersten liege sind und das erleichtert ja unseren anderen kollegen das bekämpfen von denen ja so dann hier nicht zweites mythisches level hier können wir das geboten geschicksal nehmen dass uns unsere intelligenz wieder hoch setzt so und jetzt sollten wir eigentlich eine ganz gute auswahl bei den fähigkeiten haben jetzt gehen wir schon mal hier bei schamane das nächste level ne warte zieh mir dir mal deine sachen an naja guck mal dann krumm säbel das galten eisen so und den behänden deutlich in die zweite hand momentan sieht das noch nicht ganz so geil aus minus acht riesige mutter also ich meine der witz ist wir könnten auch die behände axt nehmen plus vier die wäre glaube ich echt heftiger als das andere teil weil wir sowieso waffen finesse nur auf die eine waffe nehmen werden dass das die zweite wird eher random das was cool ist halt droppt und so so brauchen ist das hier für die stadt boni das hier für den charisma bonus warte mal habe ich nicht doch modifikator passt auf plus 1 das hier ist natürlich für mehr schaden mit zwei waffen ja boom ist auf die nebenhand hier rk einmal rk zweimal hier zack sieht ein bisschen heiß aus und natürlich diesen ich glaube es war der oder mantel der reinigung zwang und krankheit passt auch ganz gut eigentlich so ein weißer mantel zu dem rest oder denn es muss auf heimlichkeitswürfe so und du bekommst natürlich auch die zierer drops das brauchst du nicht ja mit verwenden von sachen bist du nicht ganz so gut aber das ist wirklich egal ja im vollfläche müsstenfalls könnte man sich auch mal schmeißen so sieht jetzt schon cool aus aber die werte sind natürlich noch nicht ganz so überzeugend nenne ich es mal ja deswegen gehen jetzt richtig hier aber also wie gesagt der schamane schattig und gut zwei punkte was ist das wichtiger damit ist ein bonus drauf deswegen hier hoch ich glaube wind wollte ich hier nehmen ja wobei das halt ich meine es ist wieder verschwimmen und stadt vortäuschen und so weiter aber später auf die docker das wert ich bin noch nicht ganz sicher welche der klassen wir wussten werden wir kriegen dann vertrauten da bekommen nehmen wir den extra vertrauten mit dem rk bonus wahrnehmung wird uns in dem charakter nicht viel bringen weil wir das eh nicht level werden mutter gegen krieger mal zum wieder 3123 jetzt haben wir bei beiden werten da als bester wert 15 also bei welt und bei religion und euch bei natura niemanden das ist die hintergrund des ganzen wieso wird es jetzt so machen noch nie anders gab mir zwei war so und jetzt können wir hier den doppel schnitt machen wieder hart am überlegen ob wir lieber sechs level mutter gegen krieger nehmen und nur vier level schamane aber das macht bei schamanen als hier insofern viel aus dass wir ich habe bis jetzt ich habe unseren zweiten hier habe ich nicht weil ich den erst brauchen so 17 doch mal für den verbesserten gab mit zwei waffen wichtig und bei der nächsten runde beim level acht nehmen wir dann die stärke dazu so wieder 21 und zwei kriegen die eisblume ist da gewährt dem schamanen natürlichen rüstungs bonus unsere die nächste ist hier oben ja mal nicht so viele als schatten schamane weil wir halt eine andere sache noch haben damit dem was wir dann wahrscheinlich nehmen würden wir sowas wie ja was eigentlich vermutlich fingernägel war noch mal natürliche waffen drachenwiderstandskraft naja so gern hier war eisblume mehr rk und unempfindlichkeiten berührungsangriffe wieso wird das hier ständig eigentlich verbessert keine ahnung so witzigerweise wir könnten theoretisch auch relativ schnell in der aufstiegsklasse noch nehmen jetzt kann man das mutter gehen das nicht auch super ist so einerseits die abhärtung andererseits an der wir haben noch nicht genug ja 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 passt abhärtung ja ich habe noch gesucht wir brauchen dann gibt es ein anderes grundangriffsbonus um das nächste verbesserte zwei waffen kämpfen zu nehmen so und bei den mythischen sachen nehmen wir natürlich noch ergiebige zauberei mit dem der zauber slots haben und wir nehmen lasst mich nicht lügen ich weiß es nicht mehr wir werden ja wir werden sehen naja legendärer kappelser waffen natürlich waffenspezialisierung krumm säbel so jetzt mal das waffentraining dazu was natürlich auch super geiles so das ist das normale talent genau besser kampf mit zwei waffen jetzt haben wir nämlich genug grundangriffsbonus und wir nehmen das waffentraining mit schweren klingen da seht ihr sind krummschwerter dabei und auch krummsäbel so und jetzt ist es mit dem schaden schamani hoch soll jetzt kommt die stärke dazu fertige angriff haben wir natürlich auch mit dabei wir sind sehr ausgewogen gebaut jetzt natürlich dass man den gürtel der perfekt das perfekte körper und so weiter hat so jetzt ist wieder hier zwei eins und zwei doch und das weltwissen ja auch ich muss irgendwann welche fähigkeiten nehmen die uns das nicht daten verbessern so shadow schamani dass wir hier nur zwei haben ich kann überlegen ob wir das jetzt ein bisschen machen wir es so mal eigentlich bräuchten wir weltwissen fast mehr ok fähiger hinter der angriff ja so es gibt noch diese schatten fähigkeit so und jetzt ist halt untergehen krieger würde uns noch mal kampf talent geben bessere tapferkeit denn nichts werden wir mit den entdeckungen das würde unsere mutagen verbessern ja aber schatten schamani kriegen wir halt das nächste level an zaubern und das ist glaube ich echt wichtiger in dem fall weil wir dann bannen bekommen so sind wir hier genauso gut wie alle anderen in dem sinne ja schießt das es war nur darin sie müssen hat die eine person auf das eine drin und die eine auf das andere das religion so für die andere auf bessere weltwürfe das ist der plan so zack jetzt noch die mythischen level die letzten zwei ergebige zauberei so werden wir uns in system sekundär angriff ja auch noch ich hätte immer nie weiß wo der überhaupt eigentlich ist aber ja er wird schon irgendwie gemacht werden so und jetzt hier kann man zwei waffen legende so da seht ihr es ist es nicht wunderbar 18 ist völlig okay ja wie gesagt es wird immer besser es wird bis auf 23 steigen wir auf denselben gegner einmal mit dem ding hier bei dem teil hier jetzt muss ich mal kurz was testen wir haben bei 13 8 wenn ich da jetzt die bänden deutschland packe hätten wir 14 9 nochmal besser weil es eine leichte waffe ist und dieses ding hier das wird ja auch noch besser werden unter umständen da machen wir hier preis äh spiel wo hast du meine plus vier axt hingetan spiel das ist nicht dein ernst sie ist einfach weg sie ist einfach weg das ist doch jetzt nicht dein ernst was haben wir so viele waffen hier eigentlich wo ist diese axt hin ey ich kann doch jetzt nicht nochmal das alles machen ich hoffe sie taucht wieder auf mach das mal zu hier mach es wieder auf schicken was eingetroffen ok wir werden den verlust jetzt einfach abhaken na gut ich mach das alles nochmal ist noch keine plus vier waffe weg man ok bis gleich so ich hab den ganz ganz normal durch gemacht also ich speicher jetzt tatsächlich nochmal ja und jetzt haben wir sie fertig glaube ich ja ich hab auch ein bisschen umge- umgejinxt hier noch äh und zwar was hab ich umgejinxt ich hab umgejinxt ich hab uns das hier gekauft Handschuhe des Botschafters plus 2 auf Charisma und plus 5 auf Wissen Welt sehr gut ja das hier hab ich auch gekauft gehalteter Ledermantel wenn der Träger ein Gegner in einer Runde zum ersten Mal trifft wird dieser im Falle eines bestrungenen Zähigkeitswurfs mit einem Schwierigkeitsgrad von immer 29 teilweise gehäutet ja es ist diese diese heute Leute aber jetzt gehen wir von uns wieder da äh misslingt der Rettungswurfgerät das Ziel ins Wanken und erleidet 1D4 rundenlang 2 Punkte der Konstellationsschaden pro Runde ja wir verzichten natürlich hier quasi auf die Rettungswürfe deswegen hoffen wir mal dass wir hier nicht zu sehr untergehen wir sind relativ ausgeglichen unterwegs aber naja krass sind die jetzt nicht unbedingt gut das ist unser der Ding ja ähm nächster Attributspunkt geht in Konstitution sein damit wir hier den besseren Modifikator noch mitnehmen können ja ja ansonsten könnten wir sogar theoretisch nochmal ein Geschick auch noch hochgehen äh so also ihr seht wir sind hier ganz gut unterwegs ähm jetzt lasse ich nicht oh näher Gott ich habe ja gespeichert ne wir sehen sie alle diese Axt sie ist genau hier der Händis Beil ist nämlich noch besser wegen den Plus 4 wir bleiben erstmal hier bei dieser Variante ähm lasken wir uns das gar nicht genau so richtig anschauen weil ne wir sind ja da gehen Krieger und dann zieht das Ding ja an wegen Schadensproduktion aber nimm das sag das bloß nicht ey das sieht furchtbar aus jetzt haben wir natürlich auch noch diese Mäntel teilweise die wir trotzdem unseren Leuten noch geben können bleib mal dabei ähm achso ich bin sehr gespannt was dieses Ding bringt am Ende ok jetzt haben wir noch diese Plus 3 Armschienen oh warte mal Wismut ist ja gar nicht mehr da ne sind das die von ihm hat er sein Zeug überhaupt noch was passiert mit Wismut eigentlich gerade achso ich habe ihm eine Axt weggenommen wieso eigentlich die habe ich verkauft wir haben Geld gebraucht wir sind sowas von blank so jetzt kann man endlich anfangen zu spielen wieder jetzt geht das mal hoch und ruhe mich wieder aus dem Tag eigentlich will ich warten bis der Seeschild da fertig ist aber irgendwie will ich diese Cookies auch benutzen na wir werden sehen ich gehe mal hoch ins Schloss ich habe zuerst vergessen wir sollten natürlich auch bei ihr ein bisschen was einstellen hier ne schauen und vortäuschen und schauen und vortäuschen oh nein ja ich weiß schon es ist schon okay wir können das ja 10.000 mal machen Magie Bann ist ja eigentlich viel wichtiger das ist ja unsere Bannerin ähm ja genau ja der erfrischende Schlamm den könnten wir eigentlich auch noch mitnehmen wir haben auch manches Gift verzögern äh Energie widerstehen gemeinschaftlich und dem hat sich den erfrischenden Schlamm ha ein bisschen ein Toterwecken auch mal mitnehmen machen wir es so okay dann hier verschwimmen mancher Schutz vor Gesinnung ich meine wir haben das ja alles auch noch doppelt und dreifach jetzt das ist das Gute äh wir brauchen hier die Bullenstärke für unsere zwei Leute die sich nicht selbst buffen können oder sagen wir wir nehmen es mindestens zweimal mit mancher Schutz vor Gesinnung und dann war zweimal mit könnten wir könnten wir auch mal mitnehmen und dann nimm doch noch mal Weisheit der Eute das könnte man auch von selbst auch noch buffen damit unsere ganzen Sachen hier länger dauern und alles so äh okay jetzt noch das erste Level wieder leichter ja das ist eigentlich so irrelevant hier ähm komm falls mal uns irgendwie mal der Segen ausgehen sollte wir sind unheilige Maus stiften und äh äh er an dem komm leuchtet nein weißt du was wieso nicht okay das ist alles dritten jetzt können wir uns ausruhen okay vielleicht sollten wir auch mit Vendwork oder so auch noch mal reden ne so von wegen ja du bist jetzt Häuptling und sowas geht ab äh wir kennen uns bereits ihr habt mich äh nie von den Stufen des Tempels verscheucht und mir einmal sogar einen ganzen Lab totgegeben ah und ich ließ euch auf der Straße schlafen bezeiht mir einmal ich habe nichts für euch getan als ihr meine Hilfe gebraucht hättet ja ja so ist das manchmal sobald funktioniert so das Schöne ist jetzt vielleicht das noch kurz zeigen wir haben ja jetzt durch unseren ne bisschen Welt das ist aber die beste Person die das bei uns machen kann bisschen Natur auch die beste das ist doch mal nach super ja das ist richtig gut kam ja wird ausgemustert wir gucken mal kurz hier hin ob wir nicht tatsächlich hier warten bis der Schneider fertig ist gucken wie lange das dauert ansonsten gehen wir tatsächlich los wir wissen ja wo wir hin wollen tatsächlich nach Süden also hier ne dieses Ding hier entlang glaub ich hoffe da geht es auch wirklich weiter ach so und dann muss man sich auch noch hin äh der liegt 4 und 1 ach das geht auch wieder du brauchst noch 4 tage dafür ähm erlass heilige mutter gefährliche kinder einer die jetzt genau ausgeben wird als für die einheimischen wir müssen jetzt aber auch nichts machen wir sollten mal wieder eine festung erobern war drei ersticken und gnaden glocke äh ein heiliges legt ist dessen er wurde in den ruinen der festung bei grüntor gefunden der klein der glocke die nach vielen jahren des schweigens wieder ertönt wird sterblichen sehen wieder glaube und die hoffnung auf den sieg schenken doch die heilige relikte aus den ruinen zu bergen und nach dresden zu bringen wird die mühen und logistik bringt uns dann hält im bonus von plus 1 auf rk gegen angriff durch dämonen einheiten sehr schön mach das doch mal direkt drei ersticken muss momentan keiner ja wir haben jetzt keine vier tage erwarten wir gehen weiter und testen mal unsere gute kathrin naja nicht eigentlich nicht gute sondern böse kathrin und ich glaube kameli hat auch am wenigsten eigentlich beigetragen so spruch technisch zu den ganzen sagen deswegen ist es jetzt okay ja dass wir sie nicht mehr dabei haben ich habe jetzt ich wollte jetzt auch die warten dass ich nach benennen dass jeder irgendeinen namen von euch nehmen können für kathrin aber das wäre auch so ein bisschen ja bisschen assig gewesen weil ich jemanden dann das bevorzugen müsste okay guck mal her ich müsste euch hier auch mal neu ordnen war so so ich möchte neben mir kathrin haben dann kommt wolfie dann kommt dann kommt dann kommt darin wir waren noch dabei also so genau so nicht anders ja meine güte war das eine schwierige geburt hier alles ja mal gucken was die zu uns zu sagen haben dauert ja nicht lange zwei stündchen können wir kurz mal hingehen vielleicht hat er seine lustige startruhe fertig oder so wer weiß wir werden direkt erwartet Aranka als sie uns sieht schreit Aranka vor Freude auf und da ist die Person die uns sagt was zu tun ist sie gestikuliert allen still zu sein vor ein paar Wochen hatten wir eine tolle Feier im Lager Wein und Lieder hatten unsere Stimmung so sehr gehoben dass unser Lachen von einer höchst neugierigen Besucherin gehört wurde der Name lautet weißer Donner sie ist eine Asata und eine Reisende aus dem Elysium sie mochte uns so sehr dass sie über Nacht bei uns blieb und am Morgen nannte sie sich unsere ewige Freundin dann versprach sie dass ihr Gefolge für immer dem Ruf der Kreuzfahrer folgen würde seitdem kommen stets neue Freiwillige in unser Lager Leute die weißer Donner getroffen haben und sich von ihren Geschichten über uns beeindruckt zeigten erst kürzlich kam eine ganze Einheit zu uns allesamt Anhänger von Kettenkerlin sehr schön schaltet den Erlass Verteidiger der Freiheit frei 3 Jahre also dass wir jetzt überhaupt bei dir sofort rekrutiert geilo wir können sofort wir kamen sofort gut miteinander aus aber es fühlte sich nicht richtig an wir hatten Spaß wir und eure Soldaten gelangweilt und krisgrimmig ihren Dienst verrichteten also dachten wir die Kaidaniten sollten in eure Armee eintreten um die Moral zu heben sie gingen zu den Anwerbern und sagten wir sind hier um zu dienen zu helfen und alle aufzureitern eure grimmigen Offiziere haben die Freiwilligen nur eines kurzen Blickes gewürdigt und sich dann einstimmig geweigert sie auch nur in die Nähe des Trupps zu lassen sie sagten die Kaidaniten würden die Disziplin in der Armee völlig zerstören nein Disziplin ist ja schön und gut aber geht das nicht auch etwas entspannter ihr könntet ihnen Aufgaben suchen die ihren Stärken entsprechen Lazio und der Glutierungsoffizieren helfen neue Soldaten zu ködern die Kaidaniten sind für ihre Eloquenz berühmt oder setzt sie zur Informationsbeschaffung ein ihre Abenteuerlust würde sie bis in den Schlund von Lamastu persönlich führen und sie würden mit Wert von Information zurückkehren Wer ist dieser Weißer Donner und wer hat sie für ein was hat sie für ein Gefolge auch sie ist schon eine ganz kluge und sehr einfühlsam was sie ist schon eine ganz kluge und sehr einfühlsam noch dazu macht Sinn sie ist wirklich empführt über alle Formen der Tyrannei und ihr gesamtes Gefolge teilt dieses Gefühl auf den Reisen wird Weißer Donner immer von ihrem treuen Yamasa das Verzauberinnen und Freiheitskämpfern begleitet viele von ihnen waren von unserem Mut so gerührt dass sie sich unserer Freude und dass sie auch unsere Freunde werden wollten Warum weigern sich die Offiziere Kaidens Anhänger in den Armeen beitreten zu lassen? Weil sie zu lebenslustig und freiheitsliebend sind sie mögen es nicht wenn eurer Sargeants Befehle plärt dieser wilde Haufen ist in jeder Hinsicht das Gegenteil eurer Soldaten und daher behandeln die Offiziere sie wie Außenstehende aber wer schon so lange im unmittelbaren Leben der Weltenwunde lebt der darf wohl ein wenig misstrauisch sein sie kämpfen seit Jahren und haben Dinge gesehen die schlimmer sind als die Eilträume der meisten Leute doch das ist nicht das Problem die Kreuzfahrer pflegen einen Lebensstil die Kaniniten einen anderen und wir sollten den Freien Kreuzfahrern nicht das strenge medevianische Regime auch zwingen aber umgekehrt sollten wir die Kreuzfahrer auch nicht zwingen in einem Chaos zu leben in dem sie sich nicht wohl fühlen diese Leute mögen es nicht so unordentlich wie wir als hübsche Gäste müssen wir uns an die Regeln unserer Gastgeber halten wir können die Talente der Psi-Star am besten genutzt werden am besten wäre es wohl sie neue Soldaten für den Kreuzzug rekrutieren zu lassen diese liebenswerten Trukenbolde sind äußerst riedergewandt sie würden selbst den größten Skeptiker überzeugen und sie reisen gerne das Abenteuer liegt ihnen im Blut ihre Beine sind schneller als der Wind und zu guter Letzt hat der zufällige Gott sie auch noch großzügig mit Glück gesegnet ihr könnt stets darauf zählen dass diese Leute eine verlorene Börse oder einen vergrabenen Schatz finden früher so ein Untergangsreiß plötzlich die Flammen dieses Streits wurden durch Stolz geschürt nicht von den Bürgern äh von Mendes sondern von denen die ihnen zu Hilfe kamen diese tapferen Kaldeniten sollten ein Mindestmaß an Respekt zeigen und zumindest zu tun als ob sie die hiesigen Bräuche respektieren würden was für ein Schock war es zu hören dass das rechtzeitige Aufwaren oder das Marschieren in Formation den freien Geist einer Person vernichten könnte diese Hoffnung spricht für eine ungesunde Zerblechlichkeit ja ok was machen wir denn mit denen also wir können entweder sagen äh lasst die Priester von Kaldenkelin neue Soldaten rekrutieren schalte die Soldeneinheit Glockenblumenkämpfer frei sie genaue Scharfschützen wir werden Hauptquartierskommandaten rekrutiert kostet das Studium von den Soldeneinheit sinken um 5% äh sie erleiden Botengänge für meine Speer alle generelle halten ein das dann keldinische Speer ok mehr Geldmittel oder Akkrediker von Kaldenkelin sehr offen im Schalte die Solden einer Akkrediker von Kaldenkelin frei zum Punkt die Verbindungen dabei beschwören und verstärken können ähm hmm das können wir noch haben jetzt kann man Daten rekrutiert sein erhöht sich um 1 äh ich ich denke mir mal das hier sie müssen mal keine neuen Soldaten rekrutieren das hat sich auch von der von dem Gedanken hier am besten angehört ehrlich gesagt Aranka nickt entschlossen ich bin sicher ihre Eloquenz wird weitere Leute anziehen solche die Kreuzfahrer werden und solche die ihnen helfen können schon jetzt haben sie jede Menge Freunde die bereits in Blut zu vergießen um sich von der Tyrone zu befreien ob durch Dämonen oder durch sterbliche Könige das schert sie nicht ah da ist ein komisches Gefühl äh das ist ein komisches Gefühl wir sitzen im selben Boot wir vergießen Blut und kämpfen gegen dieselben Dämonen aber es ist dennoch schwierig einander zu verstehen ich bin froh dass wir euch haben bei unserer nächsten Auseinandersetzung kommen wir direkt zu euch ok war es schon das was wir hier hätten tun sollen ist der Typ fertig mit seinem Zeug Gott äh Gott wo sind die alle hier jetzt mal kurz ah ja wir können uns ja hier auch ausruhen wahrscheinlich ohne Konsequenzen müsst ihr die Stadt nicht Aranka früher war der Platz brechend voll von Leuten die euch singen hören wollten ah ihr seid zum Schreien natürlich nicht welcher desnitische Bade würde je die Stadt vermissen hier habe ich euch alle und einen magischen Garten mitten der Weltenwunde aber selbst wenn ich das nicht hätte ich ganz alleine wäre könnte ich doch doch für die Wolken und den Wind singen ich möchte euch jemanden vorstellen auf Arushalee zeigen Schlesaugen weiten sich und sie faltet die Hände zu einer abwehrenden Geste ich bin ähm hallo weiß wer ihr seid und ihr wisst vermutlich wer ich bin Wilkes sieht noch verblüffter aus als damals als seine Kräfte den Kamm in einem blühenden Garten verwandelt haben hier ich erkenne eure Stimme er hat uns die Vision geschickt und uns vor dem Angriff auf Kennenwas gewarnt und ihr seid eine Dämonin sagt Arushalee mit trauriger leiser Stimme die Dämonin die uns geholfen hat und Destas Magie einsetzen konnte ich bin sprachlos wie heißt ihr? warum habt ihr angefangen Kreuzfahrer zu helfen? warum kommt ihr nicht mal auf eine Dasse Tee vorbei? trinken Dämonen überhaupt die? ich habe so viele Fragen an euch während des leidenschaftlichen Redeschwalz des jungen Mannes lockert sich Arushales Griff und sie lächelt schwach ich heiße Arushalee ich werde gerne auf euer Angebot zurückkommen wenn ich nach den Feldzügen mit dem Kommandanten etwas Zeit habe ich freue mich sehr euch alle kennenzulernen Arushalee wendet sich dir zu und schlüstert danke, danke Tori die drei waren die ersten Sterblichen die mir zugehört und geglaubt haben so stahlend und lebendig, alle drei ich wusste nicht was sie sagen wenn sie erfahren wie ihm die Stimme aus ihren Träumen gehört ich muss ihnen aber noch sagen was ich getan habe dass ich eine dessen Priesterin ermordet habe eher ich zu der wurde die ich heute bin trotzdem bin ich so dass sie mich damals nicht abgewiesen haben ok warum habt ihr überzeugt dass solche ich habe schon nichts davon ist momentan interessant denke ich was ich will jetzt also normalerweise würde ich ja sowieso alles lesen aber ähm ich würde tatsächlich mal müssen wir ein bisschen Action noch sorgen in dieser Folge in die wir dann mal ist das das Mosaik zum ersten Aventurin erschaffene Mosaik sieht eben so zart ruhig und geheimnisvoll aus wie der Künstler selbst gut cool du bist fertig wa er ist so inspirierend ich glaube da die Forma ganz kurz zu denen hinlaufen weil ach da ist dieser Kell mit seinen Boys hier mir gefällt das hier besser als den Cheliaks Dämonen sind nicht so lustig wie Teufel Lül ähm wollt ihr nicht ich habe echt viel Zeug ich könnte euren euer Ding aufbauen ich will es nur anbieten ja wir gehen gleich weiter auf die Stimmkleid zu sehen was ist los mit dir ich habe keine Zeit hallo ok ich sehe schon es ist Zeit das hier zu verlassen ach ja und du oh mein Gott ist das ein Durcheinander hier ähm naja gut das war jetzt das richtige aber 49 Minuten wir jetzt noch lang die wir nehmen dann hier ist natürlich auch ganz geil jetzt habe ich das aus Versehen getrunken gut ich wollte es eigentlich ähm wir haben hier das ist Schatten ne ok so Echsen vertraut dabei zaubern da ist er ähm ähm so und du bekommst doch noch was von mir ne du bekommst noch das den Triceratops und der Tiger hat wahrnehm und wissen Natur wiegst du auch sie wird drei Tiere haben ja warum nicht ich meine dafür dass du so ein Arsch ist ist ja ganz schön tier lieb Oh mein Gott, es werden immer mehr Tiere. Wismut, alter Freund, was ist los mit dir? Ja, das müssen deine Schienen gewesen sein. Ja, der Witz ist, er kriegt halt das auch, eigentlich. Jetzt hilft halt nichts. Null. Aber gut. Jetzt wollen wir noch mal ganz schnell. Das ist das Bannengedöns. Das passt ja alles. Mal kurz das hier. Das ist ein bisschen Verschwendung, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Vier Minuten. So, jetzt sind wir hier bei Plus 7. Zollgeborenes. Kind segnen, Waffenfokus, Krummselber und Angriff auf 8. Waffenträgen schwer, der Kling plus 1 und Stärke plus 7. 21 und 20. Also es ist eine eindeutige massive Verbesserung. Kann man anders gar nicht sagen. Oh, mit 13 Rüstung trotzdem. Das ist schon in unseren Gefilden hier fast. Warte mal, wieso ist da eine... Ach so. Natürlich. Diese Sache. Auf Röderberg Intelligenz ist schon okay. Verzichten. Ähm. Eifu, wieso ist Eifu denn da hinten? Komm schon, Drache. Wir haben keine Zeit. Ja, es tut mir jetzt wirklich mal leid, aber wir haben ja wieder... Ach, mit der Mätresse müssen wir sprechen. Scheiße. Okay. Das war aber jetzt auch noch in der Folge. Ja. Wo ist welche Mätresse? Welche Mätresse? Wer ist denn Dachdida? Ach, um Gottes Willen. Ach, die Bäume waren da... Sind da ja auch... Wir sind ja auch hier am Gammeln. Hier. Baumhirte. Ja, sorry. Wir werden das jetzt in der nächsten Folge in den Kampf ziehen. Tut mir sorry. Ah ja. Die Menge an berauschenden Getränken, die ihr zu euch genommen habt, entspricht der Menge an Wasser, die eine 100 Jahre alte Eiche in einer Woche benötigt. Gute Frau. Der Baumhirte. Das Gerental überragt die kleine Mätresse derart, dass sie sich fast in einem Schatten... seinem Schatten verliert. Wäre euer Verstand weniger benebelt, würdet ihr erkennen, dass ich recht habe. Was ihr da eben gesagt habt, war unter eurer Würde. Mein guter Serental. Nur damit ihr es wisst. Mein Gott verurteilt exzessives Trinken. Für Anhänger von Cadenas ist eine Todsünde, wie Mord in anderen Religionen. Ich weiß einfach, wie man sich amüsiert. Deshalb sind meine Gedanken so brillant und klar, wie eh und je. Im Gegensatz zu einer gewissen 100 Jahre alten Eiche. Hallo. Darf ich mich in eurer Debatte über Alkohol einmischen? Ja, ja, ja. Ich will mitmachen. Ich werde wie... Wie heißt es doch gleich? Meine Argumente vortragen. Ich weiß, dass Süßigkeiten viel besser sind als stinkender Alkohol. Und ich werde es auch beweisen. Na, Grünbringer. Und ihr würdiger Drachling. Wir haben nicht über den Alkohol selbst gesprochen, sondern über die Einfälle, die ihr hervorbringt. Das haben wir vor kurzem erst beim Migno gehabt. Unsere gute Schwester, Ola de Varda, versucht mit den Experimenten das Leben auf den Kampf zu entwurzeln. Das ist falsch, mein guter Serental. Völlig falsch. Ihr glaubt, dass nur Wälder und Heine Leben genannt werden können. Mein Projekt umfasst ein ganzes Füllhorn von Lebewesen. Darum auch eine seltene Krustentierart. Wisst ihr, Tori, in der kreativen Umgebung des Hofes zu laden, zu baden, hat mich dazu inspiriert, selbst etwas zu erschaffen. Ich arbeite gerade an einer einzigartigen, alchemisch hergestellten, prismatischen Quelle. Das Problem ist, Scantan wird seine Bäume an exakt derselben Stelle pflanzen. Und sie vertragen sich nicht sonderlich gut mit meiner Quelle. Welche Art von Bäumen pflanzen die Baumhürden hier? Wir haben einige Samen aus den alten Heinen von Sarkores Gretro mitgebracht. Unser Land hatte früher einen anderen Namen. Eine grobe Übersetzung wäre Grüne Bastion im Nordland. Diese Samen sind eine Erinnerung an unsere Vergangenheit und ein Neuanfang. Was ist eine prismatische Quelle? Es ist eine heiße Quelle, in der ständig einzigartige alchemische Prozesse stattfinden. Diese Prozesse tränken das Wasser und die Salze, die sich in der Quelle sammeln, mit allen Farben des Regenbogens. Solche Quellen kommen auch in der Natur vor. Aber meines Wissens hat bisher noch niemand versucht, sie künstlich anzulegen. Ich habe auch vor, meine Quelle mit einigen Verbesserungen zu versehen, damit sie nicht nur schön aussieht, sondern auch der Gesundheit zuträglich ist. Eine prismatische Quelle klingt wunderbar. Wollmehr können überall wachsen, aber ich will an meinem Hof etwas wirklich Außergewöhnliches haben. Seht ihr? Ich habe es euch doch gesagt, cremt euch nicht, mein kolossaler Freund. Es wird euch gefallen, wenn ich erst einmal fertig bin. Ja, die Bäume können auch was aus der Quelle trinken. Aus der prismatischen Quelle. Du hast ja auch Zeug zu verkaufen. Machen wir Preis in absteigender Reihenfolge. Anschluss der Treffsicherheit. Oh, wow. Hm. Das ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich meine nicht, dass wir können uns eh nichts leisten, aber... Ja, ne? Ado hat ja auch sowas ähnliches, ne? Naja, das ist eins auf Angst, dass wir mitbögen, aber das wäre halt nochmal massiv mehr Schaden. Weil wir eigentlich wissen, dass das Treffen eher das Problem ist in der Regel. Bei meinen Würfel Glück. So, jetzt gehe ich da rüber. Zur Wintersonne und so weiter. Und wir sind uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann dort weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm, dass wir Käpt'n hier gebaut haben. Könnte ein schöner Charakter werden. Vielleicht ist es ja auch was für euren Main-Charakter. Also eine Mischung aus Schattenschamane und Mutagenkrieger. Ist, denke ich mal, vom Anspruch her nicht ganz so groß. Bietet aber trotzdem genug, äh, ja, Vielfalt. Damit man, ähm, ja, ein bisschen Spaß daran haben kann. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tollen.